Für viele ist es der Prozess des Jahrzehnts. Das Verfahren gegen Ghislaine Maxwell, der ehemaligen mutmaßlichen Helferin von Sexverbrecher Jeffrey Epstein, beginnt in New York City unter großem Medieninteresse. Zahlreiche Journalisten haben sich seit den frühen Morgenstunden hier vor dem Gerichtsgebäude in Lower Manhattan angestellt. Es ist ein großes, ein spektakuläres Verfahren, das hier erwartet wird. Ghislaine Maxwell war eine ehemalige britische Socialite, die nach Amerika gekommen ist, die ein sehr enges Verhältnis gehabt hat zu Jeffrey Epstein und so jedenfalls die Anklage ihm geholfen haben soll, junge Frauen zu rekrutieren und ihm zuzuführen für sexuellen Missbrauch. Laut der Anklage hätte sie auch selbst Hand angelegt, junge Frauen sexuell belästigt. Vier dieser Frauen sollen in diesem Verfahren aussagen. Ihre Aussagen werden natürlich mit Spannung erwartet. Insgesamt gibt es acht Anklagepunkte, also acht Verbrechen. Im schlimmsten Fall drohen Ghislaine Maxwell 80 Jahre Haft. Sie wurde verhaftet im Mai des Vorjahres, ist seither mehr als ein Jahr lang jetzt in Untersuchungshaft in einem notorischen Gefängnis in Brooklyn. Jetzt natürlich in den nächsten Stunden und nächsten Tagen ist ihre große Stunde gekommen. Das Verfahren beginnt mit den Eröffnungsplädoyers. Hier wollen sowohl die Ankläger wie auch die Verteidiger vorlegen, welche Punkte sie ins Treffen führen wollen während des Verfahrens. Natürlich entscheiden wird am Ende eine zwölfköpfige Jury, ein zwölf Geschworene. An die richten sich die Ankläger und die Verteidiger mit ihren ersten Plädoyers. Die Verteidigung möchte ins Treffen führen, dass es fragwürdige Zahlen und Fakten gibt bezüglich des Alters der Opfer. Denn zu einigen der Übergriffe kam es in Staaten und in Ländern, wo das Alter zur Zustimmung geringer ist. Das liegt etwa bei 17 Jahren, zum Beispiel in New Mexico oder auch in England. Weiters will die Verteidigung anführen, dass es den Frauen eigentlich hauptsächlich um Ruhm und Geld gegangen ist, wie das Verfahren ausgehen wird, müssen am Ende natürlich die Geschworenen entscheiden. Klar ist, es ist ein riesiges Medienecho, ein riesiges Medienaufgebot hier in New York angetreten.